Boris Reitschuster Also er schreibt hier Aufgrund weit verbreiteter Armut als Grundnahrungsmittel erlaubt. Um dieses Futtergetreide backfähig zu machen, müssen Chemikalien, Westchemikalien beigefügt werden. Auf diese Weise soll mehr gutes Getreide für den Export frei werden, der aufgrund des sinkenden Rubelkurses besonders hohen Gewinn bringt. So wird auch Geld für Putins neue Wunderwaffen frei. 2004 wurden bereits die Kontrollen von Brot und Mehl de facto abgeschafft. Die Qualität des Gebäcks sinke seither so schnell, dass man zuschauen könne, so der Beamte. Außerdem gibt es ja Lücken im russischen Gesetz, also Import von auch gentechnisch veränderten Futtermitteln. Ich weiß, ich weiß, die Russenpropaganda tut so, als sei Russland das Anti-Gentech-Paradies. Wer abseits der politisierten Lügenblogs nachschaut, in Industriepublikationen, in richtigen wissenschaftlichen Analysen über die Situation von Gentech in Russland in den letzten 20 Jahren, wer da nachgeguckt hat, der weiß, dass Russland tatsächlich viel Mühe betrieben hat, um die Infrastruktur zu schaffen für eine Gentech-Industrie, auch eine eigene Gentech-Industrie. Also Überwachung und Tests und Kontrollsysteme, Legislatur, diese ganze Infrastruktur musste ja da sein. Russland wollte ja unbedingt in die Welthandelsorganisation, aber quasi eine Bedingung war, dass man eben dann auch westliche Gentech-Produkte irgendwann akzeptiert. Und wenn jetzt Russland halt diese westlichen Gentech-Produkte torpediert, boykottiert, dann droht eventuell irgendwann mal der Ausschluss aus der WHO, beziehungsweise Russland importiert dann vielleicht Gentech aus russenfreundlichen Ländern. Südamerika zum Beispiel oder anderswo. Beziehungsweise Russland baut einfach die eigene Biotech-Industrie aus und verfüttert Dreck an die eigene Bevölkerung, während man sauberes Getreide exportiert, um damit mehr Geld zu machen. Das ist die Realität, meine Damen und Herren. Und, ähm, ja, Futtergetreide. Hm. Niedrige Qualität, Futtergetreide, das verbackt man dann irgendwie mit Chemikalien und füttert das den Menschen. In Russland, gucken Sie ruhig nach, wir haben die Stories auf recenter.com mit den Links zu den wissenschaftlichen Analysen. Es gibt einige, äh, Gentech-Sachen, die erlaubt waren, beziehungsweise immer noch sind, äh, in Russland für den Import. Tja, äh, wie gesagt, äh, die Planwirtschaft kommt zurück in Russland. Natürlich nur, um das Regime zu verlängern, weil sonst würde es pleite gehen. Die Planwirtschaft kommt zurück, Putin äußerte sich schon positiv gegenüber dem Kommunismus. Das sei gerecht und christlich. Und, äh, diese ganzen, die ganze alternative Lügenpresse wird auch das schönreden in den nächsten Monaten und Jahren. Äh, selbst dann, wenn es wieder nur eine Mangelverwaltung ist. Also, wenn die Leute dann wirklich Dreck fressen und, und die generelle Versorgung mit, äh, mit Produkten wird hundsmiserabel sein. Aber, wie gesagt, das ist dann die Rückkehr, die Rückkehr sowjetischer Verhältnisse. Und wer jemand beschwert sich, wer jemand, äh, muckt auf, der kommt dann ins Arbeitslager. Auch das wird wahrscheinlich wiederkommen, denn auch die Planwirtschaft in Russland, die neue Planwirtschaft, kommt nicht aus ohne Arbeitslager und quasi Sklaven. Die Chinesen machen es ja vor. Die Chinesen haben ein Sklavensystem. Wer aufmuckt, kommt ins Straflager und arbeitet dann für quasi nichts. Aber trotzdem, äh, gerade so die, die Linken und auch die sogenannten alternativen Medien reden auch China schön, reden Nordkorea schön. Also, diese Lügenpriester, diese alternativen Lügenpriester sind bereit, jede Diktatur, jede Unmenschlichkeit, jedes Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu akzeptieren. Denn, Hauptsache, es nützt ihre Ideologie und sie selber haben was davon. Also, selbst wenn sie da draußen, meine Damen und Herren, in dem Lager verrecken, das wäre für die völlig in Ordnung, wäre denen völlig recht. Hauptsache, sie haben ihre Position. Dann haben wir hier total durchgedrehte Russenpropaganda. Und zwar ist das hier ein schöner Artikel von disinfo.com They are not us, war is coming. Also hier kriegt man dann so ein Update, was sagen die russischen Krawallmedien und so weiter. Also die hetzen die eigene Bevölkerung immer mehr auf. Der Krieg kommt, der Krieg kommt, die anderen sind schuld, die anderen sind schuld, die anderen sind schuld. Die sind nicht so wie wir, wir sind ganz andere Menschen und die anderen haben keine Werte und wir haben die Werte. Also dieser klassische Gruppen-Narzissmus. Das heißt nicht, dass wirklich garantiert ein Weltkrieg kommt. Also, man sollte natürlich dann auch für extreme Möglichkeiten vorsorgen. Auch für begrenzte Kriege. Aber wie gesagt, all das Gerede, all das Gedrohe, all die Rüstung, das Ende der Welt, Dritter Weltkrieg und so. Es gibt andere Szenarien, meine Damen und Herren. Im ganzen Kalten Krieg gab es keine nukleare Auseinandersetzung. Es gab keinen Weltuntergang. Ich meine, da waren die Nukleararsenale größer. Da war alles schon wesentlich weiter vorangeschritten. In Wirklichkeit war es ein gemanagter Konflikt. Das haben die meisten vergessen. Auch die meisten aus der Verschwörungstheoretiker-Szene haben es völlig vergessen. Der Westen verkaufte dem Osten alles, was der Osten brauchte, um die Tyranne am Laufen zu halten. Machte beste Geschäfte. Man öffnete die eigenen Märkte für die Chinesen. Baute China noch auf, verhalf China zum Weltmachtstatus. Und sagte, wir bauen eine gemeinsame neue Weltordnung. Das war Henry Kissinger und die ganzen anderen großen Schwergewichte. Im Prinzip ist das ja nicht nur ein Angriff hier gegen das Ausland. Also, dass man jetzt den Russen sagt, der russische Bevölkerung sagt, die im Ausland sind alle furchtbar, sondern es geht ja auch im Russland selber. Das heißt, jeder, der nicht zufrieden ist, jeder, der nicht sein Müllbrot, jeder, der unzufrieden ist, weil es jeden Tag nur Müllbrot gibt, jeder, der unzufrieden ist und jeder, der was anderes will, der neue Machtverhältnisse will, der wird dann attackiert in Russland. Ah, du bösartiger Feind, du Amerika-Agent. Hin fort mit dir, ab ins Lager. Ab in das Gulag-Lager. Es ist entweder einer von uns oder nicht. So ist das ebenfalls gesagt. Meine Damen und Herren. Auf der Das ist ein, das ist ein, das ist ein